Es ist das Event des Jahres der deutschsprachigen Virtual Reality Community und es findet inzwischen zum vierten Mal statt. In diesem Video erzähle ich euch alles über das vierte VR-Community-Treffen in Kassel und wie ihr daran teilnehmen könnt. Kassel 2024 Und das Video soll dazu dienen, beziehungsweise dieser Stream soll dazu dienen, euch alle wesentlichen Informationen zu geben und euch die Möglichkeit zu geben, auch Fragen zu stellen. Das heißt, nutzt den Chat an der Stelle. Ich werde gerne auf eure Fragen eingehen und den Stream vorher nicht beenden, bevor jede Frage von euch beantwortet ist. So, ich gucke aber mal kurz in den Chat, da sind eine Menge Leute dabei. Volker, Chris, Birgit, Soffan, Thomas, Sunshine, VR-Gamer, Germany, Kürbiskernöl-Dealer, VR-Mainz, Thomas, Hoshi, Schatzhai, Samlay, Krümel, Ramoncito, René L., Bandbreitenverschwender und Pipi. Okay, ja, schön, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, jetzt einfach mal so ein paar Informationen. Ich habe auf jeden Fall den Blick auf den Chat und ja, werde da entsprechend drauf eingehen, wenn ihr da eine Frage habt. So, ich packe mir den Chat jetzt einfach mal dahin, dann habe ich es nämlich besser im Blick. Kann ich noch ein bisschen größer machen. Alter Mann ist blind. So, und ja, die Anmeldung für Kassel, für diejenigen, die Kassel kennen, beziehungsweise das Virtual Reality Community Treffen 2024 ist eröffnet. Ja, das ist eine ziemlich große Veranstaltung, beziehungsweise hat sich zu einer ziemlich großen Veranstaltung entwickelt. Im letzten Jahr war es dann sogar das größte VR-Treffen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also so im deutschsprachigen Raum. Und das ist immer eine echt schöne Veranstaltung mit einer guten Atmosphäre, mit einer guten Stimmung. Und man hat da eben die Möglichkeit mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken. So trifft man sich häufig in VR-Games oder eben auch nicht. Und Kassel ist eben so ein Platz, wo man dann auch mal sich gegenseitig kennenlernen kann, wo man mal Mitspieler finden kann. Vor Ort steht gar nicht so dieser Virtual Reality Aspekt im Vordergrund. Also da wird jetzt nicht irgendwie die VR gezockt, so dürft ihr euch das nicht vorstellen, sondern ihr lernt die Leute, mit denen ihr bisher gezockt habt oder mit denen ihr künftig zocken werdet, mal richtig kennen und könnt mit den Quatschen gemütlichen Bier trinken oder auch was Leckeres essen. Und so, ich schalte euch jetzt mal meinen Browser dazu, ich bleibe aber auch mit dabei. Das Ganze findet in diesem Jahr am 14. September 2024 statt und das in Kassel. Also wer sich jetzt interessiert, kann sich auf jeden Fall schon mal den 14.09.2024 rot im Kalender markieren. Wie die Wochenendplanung ist, da gehen wir aber gleich auf jeden Fall noch drauf ein. Und eine Standardfrage, die immer kommt, ist, warum macht ihr denn das Ganze in Kassel? Ich habe jetzt hier schon relativ weit reingezoomt auf Kassel, aber ich meine, guckt euch mal Deutschland an. Klar ist es nicht ganz mittig, aber hier in der Mitte ist halt auch irgendwie Stadtmangel. Und wir haben halt Kassel als zentralen Ort ausgewählt, weil wir auch nicht wollen, dass wir das jetzt als Organisatoren direkt in unserem Vorgarten machen und ihr müsst anreisen ohne Ende. Also wir haben auch einen Anreiseweg von zwei bis drei Stunden vor uns, genauso wie ihr auch. So, und dann möchte ich euch mal gerne zeigen, wie das hier in Kassel aussieht. Die Feier findet hier statt. Das ist, ups, nicht bei Burger King. Hier ist die Karikatura-Bar. Ich zeige euch die mal auf anderen Bildern. Hier kriegt man so einen Eindruck davon. Diese Tische stehen da nicht. Also die Tische, die kommen bei uns alle raus. Die sind maximal fürs Buffet da. Wir haben eine schöne Bar hier vorne. Haben wir häufiger mal eine Beamer-Show gemacht. Und ja, eine gute Getränkeauswahl, gute Stimmung und vor allem noch die Möglichkeit, draußen den Biergarten zu nutzen. Also da haben wir uns ganz gut verteilt. Volker und Sascha haben immer für sehr, sehr gute Live-Musik gesorgt. Das heißt, mit etwas Glück haben wir die dieses Jahr auch am Start. Und ja, hier ist im Prinzip in dieser Karikatura-Bar die Hauptfeier. Ja, die beginnt am Samstag um 19 Uhr und mit in der Anmeldung enthalten ist ein Buffet, wo auch vegetarische Gerichte mit dabei sind. Und in einer gewissen Weise noch ein bisschen Getränke-Flatrate. Dazu sage ich aber gleich noch was beim Anmeldungspreis. Ja, der Vorteil dieser Karikatura-Bar ist, das ist hier direkt der Hauptbahnhof Kassel. Das heißt, ihr kommt da super, gerade auch mit einem Deutschland-Ticket hin und müsst da nicht stundenlang rumgurken. Es ist im Prinzip direkt im Hauptbahnhof Kassel. Dann, wie wir auf die Karikatura-Bar seinerzeit gekommen sind. Das liegt daran, dass auch sehr viele Hotels in der Nähe sind. Ihr habt hier das Hotel Tiffany, das Trip bei Winterm Hotel, das Excelsior, das Golden Tulip und auch viele Ferienwohnungen. Ich glaube, hier hinten hatten wir auch mal eine Ferienwohnung, hier nebenan. Also, ihr habt da echt eine große Möglichkeit unterzukommen. Hier sehe ich auch noch Himmelsstürmer-Apartment. Viele haben da auch andere Erfahrungen gesammelt, wo man noch unterkommen kann. Da könnt ihr euch ja gerne auch auf dem Discord beispielsweise oder hier in den Kommentaren austauschen und euch gegenseitig Tipps geben. Das heißt auf jeden Fall, wir können hier ordentlich feiern und ihr stolpert dann einmal auf die gegenüberliegende Straßenseite und könnt dann da schon schlafen. Ja, das ist auf jeden Fall hier an dem Samstagabend geplant. Ich gucke nochmal in den Kalender und da haben wir hier im Prinzip, das ist dieses Community-Event, wo ich jetzt drüber gesprochen habe. Das Hauptevent beginnt ab 19 Uhr. Ab 16 Uhr haben wir auf dem Vorplatz ein Vorglühen. Wir dürfen noch nicht in die Karikatur, weil nebenan noch eine Ausstellung ist, bei der wir nicht so viel Krach machen dürfen. Deswegen können wir auf dem Vorplatz noch ein bisschen vorglühen. Es gibt dann aber schon Alkoholausschank oder auch normale Getränke, aber halt noch nichts zu essen. Wenn wir einen Getränkepott haben, zählt der erst ab dem Hauptevent. Also ihr könnt für einen Getränkepott spenden, sage ich wie gesagt gleich noch beim Preis was dazu. Aber das Vorglühen ist dann auf freiwilliger Basis, ist alles auf freiwilliger Basis, also keine Sorge, ihr werdet nicht dahin gezwungen. Aber da könnt ihr natürlich dann freiwillig noch das quasi als Zusatzaktion machen. An dem Samstag, für die Leute, die dann schon Freitag anreisen, kommt auch sehr häufig vor. Die haben samstags immer so ab 11, 12 Uhr eine Kleinigkeit organisiert. Beispielsweise eine Runde Minigolf. So und das ist jetzt erstmal das, was ihr an dem Samstag 14.9. zu erwarten habt. Was ich euch aber jetzt schon gesagt habe, ist, es ist im Prinzip nicht so ganz nur der Samstag, sondern es hat sich im ersten Jahr schon so entwickelt, dass manche schon am Freitag gekommen sind und manche auch sogar erst Montag abgereist sind. Und darum haben wir so ein bisschen dieses Community-Event ummantelt, sage ich mal. Deswegen haben wir für den Freitagabend, für diejenigen, die Freitagabend schon anreisen, geplant, ja, so ein Vorabendprogramm zu machen. Wo zeige ich euch jetzt gleich auch? Das ist nämlich in der Lolita-Bar, auch direkt um die Ecke. Also wenn ihr jetzt mal guckt, hier ist die, hier ist die Karikatura-Bar. Hier sind eure Hotels im besten Fall und die Lolita-Bar. Oh, das sieht hier ein bisschen schäbig aus. Ist das die Lolita-Bar? Ich glaube, das ist die Lolita-Bar. Nee, hier ist die Lolita-Bar. Das ist hier die Lolita-Bar. Da hat man hier den Eingang von der Straße. Ich gucke mal eben, ob ich Bilder rausgesucht habe. Ja, so sieht das da aus. Ist jetzt ein bisschen verschwommen, der lädt das Bild noch. Aber hier hinten habt ihr im Prinzip ein Tresen und dann die Möglichkeit, auch hier überdacht zu sitzen, falls es mal regnet. Oder eben, wenn wir noch schöne Temperaturen haben, wie im letzten Jahr, hier an diesen Biertischen. Das ist da echt schön. Also, hier sieht man es nochmal bei Tageslicht. Wenn das denn hier mal alles scharf stellen würde, warum stellen die Bilder denn nicht scharf? Aber ihr könnt auf jeden Fall einen Eindruck gewinnen. Ich glaube, das ist hier der Keller. Ja, so, das ist die Lolita-Bar. Da planen wir dann, den Freitag zu verbringen. Gemeinsam mit euch für diejenigen, die dann schon am Freitag anreisen wollen. Gut, dann kommen wir zum Sonntag. An dem Sonntag planen wir noch ein gemeinsames Frühstück im Café Hurricane. Das machen wir immer so. Da treffen wir uns dann eigentlich separat mit dem Auto oder viele hauen danach auch direkt mit dem Zug ab. Und da kann man echt gut frühstücken. Das ist sau lecker und gute Portionen. Alles, was man so zu schätzen weiß. Das Café Hurricane ist aber ein Stückchen entfernt. Boah, jetzt muss ich gucken, ob ich das hier auf der Karte finde. Komm, ich nehme die Herausforderung mal an. Nee, wir müssen hier oben lang. Hier oben lang. Hier ein bisschen rechts. Da ist Rewe. Schillerquartier. Wir sind auf dem richtigen Weg. Westring. Café Hurricane. Da ist es. Café Hurricane. Da laufen wir dann zu Fuß hin. Das ist so ein Fußweg zusammen. Also den wir dann zusammenlaufen. Von ungefähr, ich schätze mal, 20 Minuten. Aber wie gesagt, das lohnt sich. Hier habt ihr mal so einen Eindruck von so einer Frühstücksplatte, die ihr euch dann da bestellen könnt. Und da waren wir, glaube ich, allein letztes Jahr noch irgendwie 70 Leute oder so. Also das war schon echt der Wahnsinn. So sieht der Laden dann von außen aus hier. Ist echt schön und schmeckt auch lecker. Also eigentlich das alles, was man so braucht am Morgen nach so einer Feier. So und das ist jetzt erstmal der grobe Plan für das gesamte Wochenende. Das, ja, steht jetzt quasi an. So und ja, ihr könnt euch dazu anmelden. Und die Anmeldung ist möglich bis zum 28.04. Warum der 28.04.? Der ist doch so weit vom 14.09. weg. Das liegt einfach daran, dass wir überhaupt nicht wissen, wie viele Leute sich anmelden. Wir waren im ersten Jahr 45 Leute. Wir waren im zweiten Jahr 75 Leute. Im dritten Jahr waren anwesend 115 Leute. Wir wissen nicht, bleibt es gleich viel, wird es weniger, wird es mehr. Das können wir überhaupt nicht abschätzen als Organisatoren. Müssen dann aber gucken, dass wir auch einen entsprechenden Platz kriegen, wo wir alle feiern können. Ich habe euch jetzt die Lolita Bar gezeigt. Und ich habe euch die Karikatura Bar als Haupteventort am Samstag vorgestellt. Die Wahrheit ist aber, wenn sich zu viele Leute anmelden, dann können wir gar nicht in die Karri. Weil wir dann aus allen Nähten platzen. Deswegen müssen wir relativ früh wissen, wie viele Leute denn kommen, damit wir dann das in der Planung berücksichtigen können. Und deswegen wären wir natürlich sehr dankbar, wenn ihr euch sehr, sehr zeitnah anmelden könnt. Den Eintrittspreis haben wir jetzt die ersten drei Jahre nicht angehoben bei 25 Euro. Wir haben aber gemerkt, dass es letztes Jahr halt überhaupt nicht mehr gereicht hat. An allen Ecken und Enden nicht. Das Buffet ist teurer geworden. Wir mussten letztes Jahr, weil wir so viele Leute waren, haben wir noch eine Security dazu geholt. Und dieses ganze Budget, das hat nicht mehr gereicht. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, den Preis das erste Mal anzuheben um 10 Euro. Also das wird ungefähr kostendeckend ausgehen, weil auch im letzten Jahr haben wir als Organisatoren wieder was dazuschießen müssen. Und wenn, ich sag mal, dass 2, 3 Euro überkostendeckung ist, dann packen wir den gesamten Betrag einfach wieder in den Getränkepott. So, bitte, also ich gehe da gleich nochmal drauf ein, aber das Wichtigste, was ich im letzten und im vorletzten Jahr immer vergessen habe zu sagen, diese 35 Euro schickt ihr mir am besten per PayPal, aber achtet bitte darauf, dass ihr Freunde und Familie auswählt. Wenn ihr nämlich nicht Freunde und Familie macht, sondern sagt so, ich habe jetzt hier irgendwie ein Ticket gekauft, dann wird irgendwie ein gewisser Prozentsatz davon abgezogen und deswegen sind im letzten Jahr allein 300 Euro von euch stecken geblieben, weil sich das quasi PayPal als Versicherung einbehalten hat. Also es war echt heftig. Deswegen, bitte, bitte, bitte achtet darauf, dass ihr dann bei PayPal Freunde und Familie auswählt. Letztes Jahr waren auch ganz viele Leute dabei, die haben dann den Mindestbetrag von 35 Euro bezahlt und haben dann per Freunde und Familie 25 Euro bezahlt und haben dann nicht per Freunde und Familie, sondern das als Geschäftskauf gemacht, sodass wir überhaupt gar keine 25 Euro bekommen haben, sondern 24 Euro. Das ist kein Problem, wenn das bei einer Person vorkommt, aber das waren letztes Jahr, ich würde sagen, 50 bis 60 Prozent der Leute und deswegen hat uns richtig, richtig Knete gefehlt. Diese 35 Euro ist der Mindesteintritt und das ist, darin enthalten ist beispielsweise die Location, darin enthalten ist Essen, beispielsweise auch so eine Security und alles drum und dran, Snacks. Das heißt, ihr könnt davon auf jeden Fall essen, bis der Arzt kommt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis mehr zu überweisen als 35 Euro. Das ist auch ein gängiges Verfahren aus den letzten Jahren. Also ihr könnt beispielsweise 50 Euro überweisen oder ihr könnt 100 Euro überweisen. Ich habe es gerade gesehen, Krümel, vielen, vielen Dank für die fette Spende. Ihr könnt auch beispielsweise 50 Euro überweisen, sage ich mal, ist jetzt ein runder Betrag. Und ja, dann würden die 15 Euro, die ihr mehr überweist, in einen Getränke-Pot gehen. Das heißt, wir haben zumindest für eine gewisse Zeit eine Getränke-Flatrate gesichert. Ansonsten wird auch an dem Abend immer mal wieder gesammelt. Ich glaube, letztes Jahr ist Ivo mit dem Hut rumgegangen und hat nochmal einen Getränke-Pot für 800 Euro klargemacht. Das war heftig, wie geil er alle mitgezogen hat. Ich lese gerade von Anja die Frage Security. Ja, Security. Ich denke, als Organisatoren muss man da einfach auf Nummer sicher gehen. Es war alles super friedlich und so wie erwartet. Aber als Organisatoren kannst du halt für nichts garantieren bei über 100 Leuten. Keine Ahnung. Es ist Alkohol mit dabei und wir wollen halt, dass die Veranstaltung genauso friedlich und harmonisch ist, wie wir uns das alle wünschen. Und da versuchen wir halt alles für zu machen. So, eine wichtige Info. Wir haben bis zum 28.04. die Anmeldungsfrist offen. Und bis zum 28.04. Danach müssen wir mit der Teilnehmerzahl, die sich angemeldet hat, die Planung machen. Das bedeutet, auch wenn das vielleicht ein atypisches Verfahren ist, dass wir dann nicht mehr stornieren können. Also ihr könnt dann nicht mehr sagen, ich komme nicht, weil wir planen dann euer Geld ein und planen euch auch auf der Feier ein. Und ziehen die die ganze Veranstaltung fest. Wie viel Essen brauchen wir? Wie viel Getränke brauchen wir? Wenn ihr dann absagt und das Geld zurücknehmt, dann bleiben wir im Prinzip genau in der Höhe, weil wir kostendeckend planen, auf den Kosten sitzen. So, und deswegen haben wir dann gesagt, nach dem 28.04. schließen wir die Stornierung auf. Zusätzlich, wenn ihr dann kommt, müsst ihr natürlich, ich meine, das ist eine Veranstaltung, da sind viele YouTuber, viele wollen streamen, viele wollen dabei sein, darüber berichten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch hoch, dass ihr gefilmt oder fotografiert werdet oder mal im Livestream dabei seid oder auf YouTube erscheint. Damit müsst ihr dann natürlich einverstanden sein. Sonst könnt ihr an der Veranstaltung nicht teilnehmen. So, die Anmeldung ist grundsätzlich per PayPal möglich. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Mein Account ist patrick-at-die-zock-stube.de Überweist mir das Ganze aber bitte nicht einfach so. Ich öffne jetzt hier mal eben meinen PayPal. Und wir machen das jetzt einmal zusammen, wie man sich anmeldet. Weil das hat in den letzten Jahren auch immer wieder zu Komplikationen geführt. Ich muss mich nur einmal hier mit Zwei-Faktor-Authentifizierung oder was weiß ich. So, dann füllen wir das einmal zusammen aus. Es gibt ja immer viele Leute, die haben nicht so viel mit PayPal zu tun. Ich gehe auch gleich auf die Frage ein, wenn jemand kein PayPal hat. Aber lasst uns erst mal den Standardweg durchexerzieren. Ich bin sofort soweit. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, schreibt die gerne schon mal in den Chat. patrick-at-die-zock-stube.de So, ich übertrage euch jetzt mal wieder hier meinen Browser. Da seht ihr jetzt, ihr schickt das Geld an patrick-at-die-zock-stube.de und dann könnt ihr beispielsweise sagen, 50 Euro wollt ihr überweisen. Und ich habe euch darum gebeten, ein paar zusätzliche Informationen dazu zu geben. Nämlich einmal, was ist denn euer Name? Das heißt, ihr schreibt hier euren Namen rein. Woher kommt ihr? Das heißt, hier bei mir in dem Fall Oberhausen. Wie ist eure E-Mail-Adresse, damit man euch kontaktieren kann und noch ein paar Informationen vorab geben kann? patrick-at-die-zock-stube.de So, dann, ups, das war falsch. Eure Handynummer, also schreibt einfach eure Handynummer dahin. Dann ganz wichtig, euren Discord-Namen, weil ich nämlich viel von der Kommunikation oder wir als Organisatoren viel der Kommunikation auch auf Discord machen. Dafür zeige ich euch einmal kurz unseren Discord-Server. Hier kriegt ihr alle Informationen rund ums Community-Event. Wir haben hier für das Community-Treffen 2024 einen separaten Bereich eingerichtet, wo ihr über die Anmeldung schreiben könnt, wo ihr einen Party-Chat habt. Da könnt ihr euch die Bilder der letzten Jahre angucken, Bilder für dieses Jahr posten und Videos, wo ihr auch bitte, bitte daran teilnehmt. Also postet Videos und Bilder an dem Tag so viel, wie ihr wollt. Und ihr könnt natürlich auch Fahrgemeinschaften absprechen. Also, wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr da hinkommt, ich meine, Deutschland-Ticket bietet sich ja quasi an mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Hauptbahnhof, aber wenn ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, könnt ihr natürlich auch Kaffee, Kaffee, ich lese gerade von Samlike, schreibt was in den Chat mit Kaffee und ich sage Kaffee, könnt natürlich auch Fahrgemeinschaften verabreden. Und ja, das ist der Discord, den solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten, weil das natürlich die schnellste Möglichkeit ist, euch zu informieren. Welche Möglichkeit ihr aber auch noch habt, ist natürlich, wo können wir das jetzt machen? Einmal kurz YouTube, die Zockstube Gaming, Zockstube Gaming. Und dann in der Zockstube Gaming, also hier auf dem Channel, im Community-Tab. Da ist im Moment noch nichts drin, weil der Channel neu ist. Aber wenn es irgendwas Neues gibt zum Community-Treffen, dann findet ihr das hier in diesem Bereich. Bakenzi fragt, wird es wieder ein aktuelles T-Shirt geben? Ich gehe davon aus, Zwinker, Zwinker, Hoshi. Da müssen Hoshi und ich uns nochmal kurz schließen. So, wir sind jetzt aber hier, ja, noch bei der PayPal-Anmeldung. Wie gesagt, Discord-Name sehr wichtig. Ihr kriegt auch auf dem Discord, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt, auf dem Discord bekommt ihr hier rechts, na, das sieht man jetzt gar nicht. Na, was mache ich hier? Warte mal, ich kann das Bild einmal kurz so verschieben. Hier auf dem Discord bekommt ihr nämlich auch eine Rolle für Kassel 2024, wenn ihr euch angemeldet habt. Das heißt, hier im Sammelbecken habt ihr dann alle Leute, die auch nach Kassel fahren und mit denen ihr dann so ein bisschen connecten könnt. So behaltet ihr das Ganze im Überblick. So, jetzt muss ich hier wieder ungefähr die Mitte finden. So, so. Und festloggen. Okay, weiter geht es mit der Anmeldung. Ogni, vielen, vielen Dank für deine Spende. Mensch, da hat sich Ogni direkt mit dem Hunderter reingeschossen. Das ist ja mega geil. Dann eine wichtige Information, weil wir natürlich das Frühstück planen müssen. Sagt uns, ob ihr beim Frühstück am Sonntag dabei seid. Also hier Ja, Nein eintragen, damit wir das planen können. Und was wir natürlich auch planen müssen, ist nicht nur das Frühstück, sondern auch das Vorglühen am Vorabend. Am Freitagabend, habe ich ja gesagt, ist auch schon was. Das heißt, sagt, wann ihr anreist. Also entweder am Freitag oder am Samstag. Gebt ihr Freitag an, dann plane ich euch schon für die entsprechende Vorabendveranstaltung mit ein, dass wir da dann schon mal gemütlich ein Bier zusammen trinken. Ja, und das war es schon mit der Anmeldung via PayPal. Das heißt, jetzt könnt ihr das abschicken. Da sind alle Informationen dabei. Wir können das entsprechend in unseren Tabellen erfassen und haben dann auch einen Überblick, wie viele Leute kommen. Also für uns ist es optimal, wenn ihr euch schnell anmelden würdet, damit wir schnell die entsprechende Teilnehmerzahl planen können. Und ja, so sieht es zumindest hier auf PayPal aus. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare und behaltet das Community-Tab und Discord im Blick. Jetzt gucke ich nochmal. Ich habe mir nämlich hier so eine Stichpunktliste gemacht. Die Links zu den Hotels findet ihr in der Videobeschreibung. Ich weiß gerade nicht, was hat Wurfgang gefragt. Horschi schreibt, wenn man kommt, muss man dann einverstanden sein, dass man in einem Video auftauchen kann. Ja, das musst du unterschreiben, Wurfgang. Also wenn du nicht einverstanden bist, dass du in einem Video vorkommen kannst, dann kannst du nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen. Also wir haben an dem Tag eine Liste. Da steht drauf, ich bin damit einverstanden bei jedem Teilnehmer. Ich bin damit einverstanden, dass ich gefilmt, fotografiert werden kann und dass das nachher veröffentlicht werden kann. Da müsst ihr unterschreiben. Das muss ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, weil wenn ihr an dem Tag euch umentscheidet und das nicht unterschreibt, könnt ihr leider nicht Bestandteil der Party sein, weil sonst keiner irgendwie ein Video machen kann. Das heißt, meldet euch bitte nur an, wenn ihr damit auch einverstanden seid. Sonst ist es ja blöd. Aber wie gesagt, da wollen viele darüber berichten. Hier beispielsweise Buddy schreibt gerade in den Chat, der macht im Prinzip einen abendfüllenden Livestream. Da laufen viele mit Kameras rum. Und ja. Ja, vielleicht können wir den Anmeldeschluss auf Anfang Mai legen. Wie gesagt, im Einzelfall können wir darüber reden, der Anmeldeschluss bleibt auf dem 28.04., weil wir einen Planungsstand haben. Das ist ja auch noch lange genug hin. Wenn im Einzelfall eine Anmeldung bis zum 28.04. nicht möglich ist, ihr aber schon wisst, dass ihr euch vielleicht einen Tag, zwei später anmelden wollt, dann kontaktiert mich bitte patrick.diezockstube.de. Natürlich, Roman, darfst du kommen. Bring Kürbiskernöl mit. Tom will auch nicht gefilmt werden. Oh. Ja, lange Anreise, schreibt Boxerbiene. Das stimmt. Es sind Leute aus der Schweiz und aus Österreich mit dabei. Ich glaube, ist der Rekord bei Moody, der hat irgendwie 10 Stunden, 11 Stunden gebraucht. Aber ich glaube, Roman ist auch echt lange unterwegs. Wie ist der Rekord bei Moody? Wahrscheinlich ist da dein gesamtes Essen, ein, zwei Bier mit drin und halt Snacks. Von Freitag geht komplett separat. Das Frühstück ist komplett separat. Das ist nicht damit enthalten. Das heißt, an dem Freitag werdet ihr selbst bezahlen müssen und an dem Sonntag auch. Zubehör auch einen langen Weg. Von Hessen nach Hessen. Oh, Kürbiskernöl-Dealer. 13 Stunden, krass. Ja, Dennis, schön, dass du dabei bist. Ich warte auf deine Anmeldung. Du musst auch kommen nach Kassel. Ja, und was sich halt auch immer angeboten hat in den letzten Jahren, da sind viele an dem Sonntag nach dem gemeinsamen Frühstück beispielsweise noch an den Herkules, an das Herkules-Denkmal gegangen. Ich gucke mal eben. Herkules, Kassel. So. Das ist, ja, ist richtig cool mit so Wasserspielen. Ich weiß nicht, ob es dann genau an dem Wochenende ist. In den letzten zwei Jahren war das so. Da wird hier der Wasserfall eingeschaltet und ihr habt ja auch einen riesig guten Ausblick. Also das Teil seht ihr auch schon von der Autobahn aus. Und wenn ihr da oben drauf seid, dann könnt ihr hier runtergucken, quasi komplett auf Kassel. Wenn ihr also dann für Sonntag noch ein bisschen Kultur machen wollt, ist das, glaube ich, auch keine schlechte Sache. Aber guck mal, hier siehst du. So sieht das dann aus. Das haben wir 2022 mitgemacht. Das ist echt cool. Ja, das könntet ihr jetzt noch am Sonntag im Anschluss machen. Ein wichtiger Punkt noch. Hier dieses Minigolf oder was auch immer ihr hier macht um 12 bis 15 Uhr. Das müsst ihr selbst organisieren. Das kommt nicht von uns aus, sondern das ist einfach nur so. Wenn ihr am Freitag kommt, seid ihr sowieso in Kassel. Dann würde es sich ja anbieten, dass ihr da was unternehmt. Deswegen könnt ihr euch da gerne per Discord zu verabreden. So, und ich habe gerade die ganze Zeit über weitere Organisatoren gesprochen. Bevor ich das vergesse, möchte ich das mal kurz zeigen. Mitorganisieren tut das hier noch der Hoshi82. Der ist noch mit in der Orga. Und der Zitronenarzt VR. Der hat es schon mit reingenommen. Hier, Community-Treffen 2014. Also schaut doch mal bei den beiden vorbei und abonniert die auch. Die stecken da auch sehr, sehr viel Herzblut mit rein. Und ja, um uns da eine gemeinsame, schöne Zeit zu machen. Ja, und wenn ihr Feedback, wenn ihr Ideen habt, dann könnt ihr gerne auch uns schreiben, wenn ihr irgendwas organisieren wollt. Wenn ihr etwas Spezielles auf dem Community-Event machen wollt. Wie gesagt, immer gerne schreiben. Dann schreibt VR Gamer Germany. Es kam bei den Leuten die Frage auf, ob es sich auch eine Alternative, ob es auch eine Alternative zu PayPal gibt, dass man sich anmelden und daran teilnehmen kann. Natürlich, das gibt es auch. Wenn man im Einzelfall, also bitte, wenn es irgendwie möglich ist per PayPal, ich meine, es besteht ja auch vielleicht die Möglichkeit, einen Bekannten zu fragen, der PayPal hat, was man dann nutzen kann. Weil der Vorteil bei PayPal ist, man hat halt alles im Blick. Vielleicht fällt ja dem einen oder anderen jemanden Bekannten ein, dem man das Geld geben kann, der das dann per PayPal überweisen kann. Wenn PayPal partout nicht geht, dann schreibt mir eine E-Mail und dann müssen wir das notfalls mit einer herkömmlichen Überweisung machen. Also es hängt jetzt nicht an PayPal, ob ihr kommen könnt, aber es macht die Arbeit halt schon viel einfacher, weil das natürlich auch alles so nebenbei ist, was man dann noch so zusätzlich machen muss. Und da ist halt, verliert man auch schnell sonst den Überblick oder braucht sehr, sehr viel Zeit, um den Überblick zu behalten. So, ich gucke mal eben kurz. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, wir haben alles soweit durchgesprochen, was ich mir vorgenommen habe. Ja, das bedeutet, jetzt ist Zeit für eure Fragen oder ich frage mal, ich habe gesehen, Hoshi ist dabei. Habe ich irgendwas vergessen? Das muss man ja auch mal fragen. Webseite mit Hotels sehe ich hier gerade noch. Hotels findet ihr in der Videobeschreibung, glaube ich, gucke jetzt gerade mal selbst rein. Oh, direkt stumm machen, ich kann mich nicht hören. Und einen Daumen oben dalassen. Vergesst nicht das Däumchen nach oben, Leute. Aber es ist ein bisschen selbstverliebt, das beim eigenen Video zu machen. So, ich gucke mal eben, genau, hier habt ihr vier Hotels als Vorschläge, wo ihr mal schauen könnt. Guckt euch da einfach mal um. Ich glaube, das Windham ist ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Golden Tulip ist das beste Hotel, kostet aber auch am besten. Ich weiß, dass viele im Schiller-Quartier letztes Jahr waren. Das muss sowas wie, weiß ich nicht, sowas wie eine Jugendherberge sein. Ich weiß es nicht. Zubu schreibt, Excelsior hat guten Kaffee. Ich glaube, letztes Jahr haben wir tatsächlich das Excelsior als Community-Treffen komplett platt gemacht. Da war gar nichts mehr mit dabei. So. Und ja, ihr könnt euch dann auch mal hier einen Eindruck von der Karikatur-Bar verschaffen oder vom Kaffee-Hurricane. Ganz wichtig, wenn ihr beim Kaffee-Hurricane mit dabei seid und hier bei PayPal sagt, ihr wollt hier mit frühstücken. Ich werde nochmal die Umfrage dann starten, wenn wir näher am Community-Treffen sind, so eine Woche, zwei vorher, was ihr gerne frühstücken wollt. Weil wenn wir da wieder ähnlich wie im letzten Jahr hornissenartig mit, weiß ich nicht, 70, 80 Leuten, über die herfallen, dann wollen die schon mal so ein bisschen, dann wollen die schon mal so ein bisschen, ja, einen Plan haben, was sie denn dann vorbereiten sollen. Gut, ich gucke mal eben. Windham ist schon ausgebucht. Ist denn Samstagfrüh dann auch Selbstplanung wie Mittag auch? Ja, Samstagfrüh haben wir so nichts stehen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, also die Organisatoren werden so ab 13, 14 Uhr in der Karikatur sein, ein bisschen was vorbereiten. Und ja, ich könnte ja nebenbei auch mal ein bisschen, ich habe mal das Video von Repo rausgesucht, mal ein bisschen Eindruck vom letzten Jahr durchlaufen lassen. Da war dann, ja, die Bima-Show. Ist ganz cool gewesen. Ja, da ist auch Hoshi. Und ja, ach, Firat, der Kameramann. Ich muss auch echt nochmal in die Aufnahmen reingucken. Aber hier sieht man dann auch so, sieht man auch das Buffet? Genau, hier, guck mal, kannst du auch sehen, was es letztes Jahr zu essen gab? Oh Gott, nein. Hier ist der hässliche Vogel. Ich will mal das Buffet sehen. Haben wir denn nicht? Repo, was hast du denn da gemacht, Mensch? Da. Ja, gucken wir mal. Da sieht man so ein bisschen das Buffet. Nee, das haben wir draußen aufgebaut. Aber ihr könnt euch den Samstag erstmal organisieren, wie ihr möchtet. Ab 16 Uhr ist dann das Vorglühen. Da könnt ihr dann langsam eintrudeln. Und ab 19 Uhr geht es dann richtig los. Und dann im Prinzip Open End. Der Erik, der Inhaber von der Karikaturabar, die habe ich, glaube ich, gerade auch irgendwo hier gesehen auf einem Bild. Der sagt immer, ja genau, hier ist er. Das ist Erik. Bester Mann. Der organisiert alles weg. Der hat, der sagt dann immer so, wenn irgendwann nicht mehr weitergetrunken wird, dann lohnt es sich nicht mehr. Dann machen wir dicht. In den letzten Jahren war es immer irgendwie so vier. Und ich glaube, viele haben dann auch bis fünf, sechs gesessen. Ja. Zubu schreibt, meine erste Anmeldung war unvollständig. Damit du durchsiehst, habe ich nochmal gesendet. Also einmal Anmeldung, einmal Getränke. Alles klar, Zubu. Vielen, vielen Dank. Kann ich zuordnen auf jeden Fall. Ja, um die Ecke ist ein Schwarzlicht-Mini-Golfcenter. Das ist richtig. Da waren auch letztes Jahr ganz viele. So Leute, welche Fragen habt ihr noch an mich? Erik hat einen super Geburtstag. Ja. Das stimmt. Der hatte letztes Jahr dann quasi reingefeiert mit uns. War ganz cool. Walkabout Neon-Golf. Ja. Ja, ja. So. Gucken wir mal noch zu späterer Zeit. Also hier war dann halt die Beamer-Show. Da müssen wir auch gucken, wenn dieses Jahr mehr kommen sollten, wie wir das machen. Das wird problematisch. Hier haben wir noch eine kleine Verlosung gemacht. Und da gab es dann noch Zitronenkuchen. Und jetzt müssen wir da auch mal Volker und Sascha zeigen. Die geben da den ganzen Abend Gas mit ihrer Live-Musik. Das muss hier ja auch mal. So da. Sascha, dahinter ist der Volker. Die sorgen dafür, dass wir den ganzen Abend gute Laune haben mit ihrer Live-Musik. Botto, VR ist tot. Genau. Ja, wir freuen uns auch riesig, Samlike. Komm vorbei. Ich weiß gar nicht, warst du, der Nutzername sagt mir gerade, ich habe da kein Bild im Kopf. Warst du letztes Jahr auch da? Kann man hier, warte mal, ich mache mal. Nee, ihr könnt das gar nicht hören, ne? Ich habe keinen Sound mehr drin. So, also ihr seht. Je später, desto wilder, würde ich mal sagen. Und hier ist, glaube ich, noch Frühstück am nächsten Morgen. Oh, Chris, sorry. Die Kamera war sehr nah. Aber hier, Stocki und Nessie waren auch mit dabei. Der Moody, der Buddy. Die, die, ja. Gut, Leute, habt ihr noch Fragen? Ich gucke jetzt noch einmal in den Chat. Das sieht nicht so aus. Ich warte aber noch mal eine Sekunde. Ansonsten bastle ich euch jetzt hier noch mal ein bisschen Sound rein. Das müsste ja relativ flott möglich sein. Dann lasse ich euch noch mal das Lied des letzten Jahres laufen. Was haben wir denn hier? Wir haben Anwendungsaufnahme. Wir wollen gerne von Firefox den Sound. Für jedes Sound. So, jetzt müsstet ihr es hören. Nice. Ja, genau, Adresse liegt schon vor. Alle Informationen findest du in der Videobeschreibung, 9PinPlayer. Ja, wir freuen uns auch mega. Also, das ist, Kassel ist tatsächlich jedes Jahr so ein riesiges Highlight. Also, für viele Teilnehmer haben wir die Rückmeldung gekriegt. Ist das natürlich auch ein Highlight. Guck mal, da war ich richtig gut drauf. Scheiße. Am nächsten Tag bist du einfach nur im Eimer. Aber wir freuen uns natürlich dann auch. Warum? Repu, warum? Warum? Ich weiß nicht, worum Sie reden. Das ist doch wirklich. Ich muss, ich spule jetzt vor. Was sind das für Aufnahmen hier? Ja, also, wir freuen uns natürlich mega, euch kennenzulernen, auf das diesjährige Community-Treffen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das doch auch hier in die Kommentare. Nutzt den Discord. Achtet aufs Community-Tab. Und ja, und schaut auf jeden Fall mal bei Hoshi beim Zitronenarzt vorbei, die das Ganze mitorganisieren. So, und zum Abschluss gebe ich euch jetzt nochmal ein bisschen was auf die Ohren, was wir für letztes Jahr extra gemacht haben. So, da nehme ich mich mal aus dem Bild. Wünsche euch dabei viel Spaß. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, dann immer raus damit in den Kommentaren. Viel Spaß. Ja, da, 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 da. Hier kommt euer Lieb-X-H-O-S-H-I. Hoshi, Motherfucker. Ja, da, 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 da. Und ich häng ja ab mit E-O-C. Yeah, yeah, yeah. Yo, Kassli, ihr wisst, was geht, Motherfuckers. Hebt den Gläser. Hebt sie hoch. Dreh auf den Mist. Ja. Was ist los, Hoshi? Hoshi. Hey, du geil. Auf, vor, eher. Junge, alle sind hier. V-A, H-M-D, Digger, das ist mein Stil. F-O-V, S-C-I, heute ist alles egal. Und wenn du kommst und willst vergangen, ja, dann kotze ich im Strahlen. Abition, große Ideen, wir sind mehr als ein Start. Anruf, Aufruf, Junge, wir sind im Fahrt. Dem Asche checken Places für die Party, oh ja. Termin ready, Zeit zu droppen, das Event ist ganz nah. Minigold, V-A-Check, ich kenn deinen Avatar. Kassel, yo, treffe euch, Alter, seid ihr schon da. Ob VR oder real, die Community lebt, lass sie wachsen, heute Party, denn die Karika weht. Hab die Tage gezählt, doch bald ist es soweit, Bett gebucht, Chef verarscht, Mann, was bin ich geheilt? Konfett, die Regen, wird es geben, doch wir singen nicht den Körn. Heute geht die Party ab, ich will euch jetzt schreien hören. It's the one and only dub TV. Eribo, Motherfucker, dadadadada. Und ich rappe hier mit Stubinski, feiern zusammen in der Karibah. Königstädtreffen, seid ihr alle da. Krasse. Via Germany, heut voll in Fahrt. Und ihr auch, wuppdiwupp am Start. Patrick und Horschi, last year, one, two, three. Dock im Gepäck, dem Real OG. 23 kommt der nächste Streit. Deutschland, Käse, Staat und Trudelreich. Es sind die Community-Vibes. Ganz via Deutschland da, trinken Munich, Mool and Tonic an der Bar. Ohren auf, Volker und Sascha, stürmen die Charts. Beat des Jahres, wir hören alles. Und nen Drink her, lasst uns trinken. Dann geh heim und vergiss das Winken. 24 mit Brief und Siege, geht Kassel ins nächste Kapitel. Leute. Hey. Alle feiern heute bis die Bude. Wollen euch. Sehen. Etwas trinken, tanzen, quatschen und auch essen. Heute. Hey. Wir können es spüren, ihr seid echt gut drauf. Macht's euch. Schön. Und seid bereit für die nächste Episode. Oh hey, hey, hey. Play VR every day. Bis zum nächsten Mal.